Großes Kino bei der Wehrtechnischen Dienststelle 81 in Greding. Die riesige Kuppel beherbergt eine hochkomplexe, multispektrale Ziel- und Szenarien-Simulation. Oder einfach ausgedrückt, hier werden Flugkörper und Waffensysteme in einer künstlichen Landschaft getestet. Über 90.000 Hexagone und Pentagone bilden die enorm große Leinwand. Für das Gesamtbild arbeiten 41 Projektoren. Hier eingespannt auf dem hochdynamischen Dreiechsen-Drehtisch ist das leichte Wirkmittel 1800+. Die nächste Testphase dieser neuen, künftigen Waffe der Bundeswehr steht an. Das schultergestützte, leichte und präzise Lenkflugkörpersystem mit einer Reichweite von mehr als 1800 Metern soll Mitte 2024 in der Truppe ankommen. Doch bis alle Testreihen durch sind, ist es noch ein langer Weg. Das komplexe Testverfahren in Greding verläuft visuell. Mit Hilfe hochmoderner Lasertechnik auch infrarot. Es soll sicherstellen, dass der Lenkflugkörper sein Ziel trifft und sich nicht durch beispielsweise vorbeifahrende Fahrzeuge in seinem Blickfeld ablenken lässt. Um den vollständig zu simulieren, probieren wir nicht nur herauszufinden, wie die Bildverarbeitung funktioniert, sondern auch, ob die Bildverarbeitung die richtige Signale an den Autopiloten gibt, der dann die Steuerung übernimmt für den Flugkörper. Und da wir natürlich hier nicht live schießen können, haben wir einen Dreiechsen-Drehtisch. Der kriegt die Signale, der spielt sozusagen die Lenkung und simuliert dem Flugkörper, okay, ich bin jetzt im Bewegen, ich bewege mich zu meinem Ziel hin und wir können nachverfolgen, anhand der Bewegungen und der Daten, die weggespeichert werden, hat er sich so verhalten, wie wir es erwarten. Im Ziel-Simulations-Dom herrschen konstant rund 21 Grad sowie 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Jedes Szenario kann tausende Male unter immer den gleichen Bedingungen durchgespielt werden. Das ist hohe Effizienz. Somit minimieren sich die Anzahl realer Versuche, die Kosten und Umweltbeeinträchtigungen. Allerdings erfordert es Zeit. Wenn wir jetzt komplett von Null anfangen, so wie wir es jetzt in dem Moment haben, können wir eigentlich mit drei, vier Monaten rechnen. Weil die erste Problematik ist für unsere Zieldarstellung, wir brauchen das richtige Szenar. Wenn wir jetzt wie jetzt eine Vorgabe haben, dann können wir schon mal mit arbeiten, um zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Aber wir müssen uns an den Zielekatalog halten. Das heißt, wir haben direkt das Ziel vorgegeben. Schütze im Haus, Schütze hinter Mauer. Das heißt, man muss dieses Szenar erstellen. Das auch schon ein, zwei Monate dauert. Und dann die ganze Technik, die verbunden werden muss. Das heißt, wir müssen den Flugkörper einbinden in die Ziel-Simulations-Dom-Umgebung. Und dann müssen wir das Ganze auch noch auswerten. Also so drei, vier Monate kann man grob sagen. Meistens kann es, oder es dauert auch mal natürlich länger, weil einfach doch immer irgendwelche Komplikationen entstehen. Kompliziert sieht auf den ersten Blick auch die elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung, kurz EMV, aus. Ebenfalls bei der WTD 81 gibt es dafür zwei Absorberräume. In dem kleineren bereitet der Versuchsleiter das leichte Wirkmittel 1800 Plus für die nächste Testreihe vor. Im dagegen riesigen Absorberraum der Schützenpanzer Puma. Grundsätzlich alles, was mit Elektronik neu bei der Bundeswehr eingeführt wird, muss sich einer solchen EMV unterziehen. Die Aufgabenstellung ist in allen Testreihen gleich. Gehen beispielsweise vom Gerät selbst Störungen aus? Aber auch, wie empfindlich ist das Gerät gegenüber externen Störungen durch das elektromagnetische Umfeld? Im militärischen Umfeld ist es so, dass Soldaten mit Funkgeräten ausgestattet sind, die gewollt elektromagnetische Strahlung abgeben, um eben die Funkkreise aufrecht zu erhalten. Und wenn zum Beispiel ein Funkgerät in der Nähe eines solchen neuen Gerätes betrieben wird, könnte es sein, dass das Gerät gestört wird. Es kann sich auswirken auf Bildstörungen im Display. Man könnte zum Beispiel das Ziel nicht mehr erkennen im Display. Solche Störungen sind damit gemeint. Beim leichten Wirkmittel 1800 Plus läuft gerade eine solche Störfestigkeitsuntersuchung. Diese Messung jetzt dauert circa zwölf Minuten. Die Messung läuft seit einer Minute, also ungefähr elf Minuten dauert es jetzt bis der Frequenzbereich von 7,5 GHz bis 18 GHz durchgetestet ist. Hier sieht man den Sollpegel. Das ist diese rosa Farbe. Hier sind wir momentan bei 10,47 GHz. Gestartet haben wir bei 7,5 GHz. Die Messung geht bis 18 GHz. Parallel haben wir auch noch einen Sensor drin stehen. Einfach zum Double-Check, ob tatsächlich dieses Feld, was hier errechnet wird, auch logischerweise anliegen kann. Im Alltag finden sich diese Frequenzen beim Handy, Stromnetz, UMTS und Radar. Die Ergebnisse für das leichte Wirkmittel 1800 Plus stehen noch aus. Wir bleiben dran, begleiten in loser Folge die Entwicklung der neuen Waffe bis zum Einsatz in der Truppe. Wir bleiben dran, begleiten in unserer Waffe bis zum Einsatz in der Truppe.